Und nicht mit meinem Fettarmel. Wie heißt der Track ganz gut? Wir reagieren auf Millionär und Capital Bra. Ne, ne, nicht Capital, Joker Bra. Der Track heißt immer gute, immer gute Zeug und so. Also, 3, 2, 1. So, Ravenna, wir reagieren heute auf Millionär und Joker Bra. Millionär hat angekündigt, dass es von ihm demnächst neues gibt. Das freut mich auf jeden Fall. Also das heißt, man kennt ihn schon länger? Ja, der ist schon Ewigkeiten dabei. Halt die Fresse, meine Stadtzeiten, das ganze alte Ding. Wow, okay. Da hat er mich so überzeugt. Und ja, wir haben jetzt einen Track zusammen, immer gute, immer gute. Richtig, dann würde ich sagen, hören wir einfach mal rein. Wie die Telegram Gruppe abgestimmt hat und wie wir den Song finden, wird einmal hier eingeblendet. Leute, wenn ihr Bock habt mit zu voten, erkläre ich am Ende des Videos, wie ihr das macht. Und ich würde sagen, weg einfach los. Ansonsten werden die jetzt am Arsch. Ja? 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 Ja, scheiß drauf, mach weiter. Interessanter Beat nochmal. Wow, aber das war AUX. AUX. AUG. Nicht, ja. Ach, hieß die eine Counter-Strike AUX? Ach. Also ein COD hieß die AUG AUG. Ah, die ist AUG, glaub ich. AUX. AUX ist AUX-Kabel, Digga. Mit wie interessiert ihr gerade bei dir reagiert habt. Das ist eine legenden Waffe. Das ist ein Counter-Strike. Counter-Strike, Call of Duty, jedes Spiel hatte die Waffe. Counter-Strike war die geil. Die war richtig geil. Ja, aber das hab ich nie verstanden, warum man nur mit der reinzoomen kann. Hat für mich keinen Sinn gemacht. Ja. Ja, aber Hedgehoffs waren richtig schmackhaft. Ja, ein Schuss direkt, dann weg. Ja. Ich bau Linie mit der Kreide immer reine. Immer, immer. Immer reine. Immer, immer. Immer gute. Ja, bla. Immer steine. Immer gute. Gebra. Hex, Hex, Hex. Riefe topste teilen. Ich bau Linie mit der Kreide immer reine. Immer. Immer reine. Reifertanz. Immer gute. Immer steine. Immer steine. Immer gute. Okay. Ja, es geht um Steine. Und dass sie gut sind. Ja. Immer gute halt. Meine Finger ging mehr Stoff als Bein im Schneider. Triangulo de oro, grüß die Brüder aus Pereira. Sie erkennt mich überall, als wär ich Carlos Valderrama. So viel Zeug hab ich gemacht, nämlich Alben Kolumbianer. Schiss, ruhig regelmäßig Eigentor. Ja, ich hab's gestanden. Ihr seid alle Escobabas. Doch nicht Pablo, sondern alles alle. Was hat er gesagt? Ihr seid alle Escobabas? Ihr seid alle Escobabas? Abadananana? Was hat er gesagt? Ich hab's gecheckt. Mach nochmal zurück. Nenn mich Alben Kolumbianer. Schiss, ruhig regelmäßig Eigentor. Ja, ich hab's gestanden. Ihr seid alle Escobabas. Doch nicht Pablo, sondern alles alle. Was? Sondern Pablo? Sondern nicht Pablo, sondern... Alles. Alles andere. Alles andere vielleicht. Erklärts mal. Der Bart hat gerade geballert. Spannend. Der Bart hat so ein Durchziehen im Flow gehabt. Mhm. Hat er auch gut in diesem Durchziehen betont. Mhm. Hex, Briefe, Tochter, Teile. Ich bau Linie mit ne Kreide. Immer reine. Immer, immer. Immer reine. Immer, immer. Immer gute. Ja. Immer schneine. Immer gute. Du bist ne... Bitte so wie Kitty Kelp. Der Bart on this way more at 50 Cent. Sie wollen mich stürzen, doch ich schick sie alle. Als wär ich der glückliche Präsident. Das war geil, die Zeile. Damit holt er sich viele Freunde, aber auch viele Feinde. Oh ja. Weil ich rüberfliege, sag ich Bruderliebe. Was für Illuminati, sag ich Bruderliebe. Ich bin die Spitze der Pyramide. Ich bin Gucci in Maybach, Gucci nicht Primark. Gucci aus Mailand. Ja, mein Krieg war nicht einfach. Sie gehört in die Heimat. Er hat da nicht Eintracht. Es gibt keinen, der mich bleibt mal rein. Kapita Bra auf der Leinwand. Meine Gegend wie Typesan. Doch ich fick alles wie Deutsche in Thailand. Ich... Oh! Ich wünsche, dass du auch lachst. Ja, Mann, sehr quitsch. Das war ziemlich eindeutig. Könnte ich, aber egal. Trotzdem, lass weiter reden. Okay, nein, lass dich scheiße. Verzichten wir auf das Thema, mach weiter. Verzichten wir auf die Zuschauer. Komm, einfach weiter. Und wir müssen grad die Stille lassen, weil... Dann hab ich's nicht gecheckt. Nimm zurück. Aber ist irgendwie so. Obwohl Scheiß ist, aber ist so. Immer, immer, immer. Immer, immer, immer. Immer, immer, immer. Immer, 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 immer. Immer, 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 immer. Immer, 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 immer. Immer, 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 immer. Stopp drücken. Wie schnell es geht wieder. Das ist einfach so voll krank. Ey, der Part von Kappi hat alles gefasst. Ey, wirklich gut. Lang nicht sogar. Ich hab, also... Ich hab ja sowieso nicht viel gehört, aber ich hab den noch nie so rappen gehört. Doch, Joker Bra ist schon so diese verrückte... Kennt ihr euch nicht? American Express Black. Ja. Ich hab auch stabile Parts dabei. Ja, stimmt. Diese Joker Bra-Richtung geht schon ab, ey. Nein. Auf verrückter Basis, aber trotzdem mit Wortwitz und so. Weißt du, warum ich das gerade angucke? Hm. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was ist noch dein Auto? Ich hab sie heute停! Im Tod. Die Autos heute verbringen. Mit den Teinen. Und den Staten? Immer. 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 Immer, immer. Nichts. Diese krasse Gang-Service da draußen, die sich für was ganz Besonderes hätten. Ja, aber ich gehe... Gut, Pause. Ich mag diese verrückte Art von dem Freund. Ja. Es hat was. Guck mal. Guck mal, das sieht man auch wieder, wie krass ein Typ kackt sein kann. Du weißt Bescheid, Brata. Ab und klebt Alileh. Wir haben in euer Mund gekackt. Was ist das? In wem? Ich mag diese Differenzierung zwischen zwei Charakteren von ihm. Nun kann er zwei verschiedene Stilrichtungen ausleben. Ja, richtig geil. Das stimmt, ja. Blog Panorama präsentiert das Album von Millionär. Weißt du, und das ist so eine Art... Was ist das? Warte mal, stopp. Bei voll vielen, äh, nicht kritisiert, aber macht ihr manchmal so einen Punkt, dass die komisch sind, wenn die so verschiedene Sachen ausprobieren. Weil es irgendwie nicht passt. Weil es irgendwie nicht passt. Weißt du? Manchmal sagt er das. Ich weiß jetzt... Ich hab jetzt kein Beispiel. Aber bei ihm, da hat sich... So... Indem er sich diese zwei Charaktere geschaffen hat, kann er das machen. Aber es kommt nicht komisch. Es ist... Weil jeder weiß, okay, das ist Joker bra und das ist bra. Und das ist Kapital. Wenn er rappt, als Zuhälter ist er Toni. Was? Naja... Es ist T-U-N-I. Deswegen... Es ist T-U-N-I.